Musik Und jetzt, wenn jemand hier die Nerven hat, zu uns allen zu sprechen, dann soll er gefälligst sprechen, oder, oder für immer, die Klappe halten. Im Namen der American Jump Bucks Company bin ich hier, um diesen Mann in die Fresse zu spucken. Hallo, Jack. Da staubst du. Ah, ah. Mr. Lane.